Hallo und guten Morgen aus Dubai, wie ihr sehen könnt, bin ich hier draußen in der Dubai Mall. Und heute Nacht ist das große Spiel. Mein Land, Deutschland gegen Ghana. Ich liebe schwarze Menschen. Aber wenn es zum Thema Fußball kommt und natürlich zum Thema Nationalmannschaft, dann muss ich natürlich sagen, Deutschland gewinnt auf jeden Fall. Was denkt ihr? Da ist ja auch dieser Spieler aus Ghana in unserem Team. Wie ist sein Name? Sein Name ist Jerome Boateng. Boateng. So Boateng is playing against his brother. What will they do? I mean, seriously, if I play against my brother, I will let my brother win for sure. Jerome spielt gegen seinen Bruder Prinz Boateng. Und was wird er machen? Ich meine, wenn Sabrina gegen ihren Bruder spielen würde, sie würde ihn netterweise gewinnen lassen. Ich schätze allerdings auch deshalb, weil sie gar kein Fußball spielen kann. Aber vielleicht ist es auch wirklich nett von ihr gemeint. Anyway, so let me know, what do you think about the match tonight? And have a good day. Also lasst mich wissen, was denkt ihr? Wer gewinnt das Match heute? Und ja, habt einen schönen Abend. Ciao. Ciao.